Hallihallo Hallöle, willkommen zurück zu Hero Zero, weiter geht's. Ich bin mittlerweile 306, ich gebe natürlich noch ein neues Pad, der Jolt, der Blitzhund, der komische Viech, schon fertig. Ich habe mir jetzt in Charlie diesmal, den ich ja aus dem Shop gekauft habe, bin ich gerade am Level. Ich habe schon ein neues Pad, noch wieder einmal ein Alpha, habe ich ein Geschenk bekommen, ein Geschwurkenangriff, glaube ich, war das. Geschenk bekommen, naja, egal, machen wir weiter. Meine aktuellen Werte, ich habe 8185, 8283, also es geht auch da Stück für Stück voran. Ich gebe hier ein neues kleines Event, die Sommer-Doppelwoche, geht eine Woche, eine Duelle, Waschmaschinen benutzen, Autogrammkarten beschaffen und 35 Stück, Motivationseinheiten und Heldengeschichten. Diesmal keinen Schurkern greifen. Ist ja auch schon mal was Schönes, ne? Also, kein Thema, noch über sechs Tage Zeit, natürlich auch voll fertig bekommen. Duelle, ja, müsste aber nicht an die hochgehen. Ich habe schon 33, heute schon gemacht, 190 müssen, muss ich, also ein Sechstel, kann man sagen, habe ich schon fertig, äh, muss ja kein Thema sein. Waschmaschinen, habe ich auch schon benutzt, glaube ich, schon gemacht, oder? Mal gucken. Ja, habe ich schon gemacht, genau. Da muss man auch jeden Tag. Waschmaschine benutzen, kein Thema. Dementsprechend Duell ist schon gemacht, ne? 33 Stück, da sind sie. Ich kann noch einen machen. Mach ich auch. Zack. Wir sind auch schon bei 58.000 Ehre. Geht auch so Stück für Stück hoch. Liga auch schon, mittlerweile wieder bei knapp 1,6. Ich war schon unter 1,5 gewesen, ne? Wieder 1000 Punkte ungefähr mehr, aber ne, äh, 100 Punkte mehr, Entschuldigung, 100 Punkte mehr ungefähr, aber nicht so wichtig. Ne, ähm, mach ich einfach weiter. Ja, vielleicht muss ich noch schaffen. Drei Kämpfe, die heute noch schaffen, dann krieg ich den nächsten Bonus hier, äh, zuflege, äh, hübscher Gürtel und vor allem ein Saisonpunkt. Da ist wichtig, da gab es heute, diesmal zwei Fähigkeitspunkte, auch nicht verkehrt. Ähm, äh, Training habe ich auch noch, äh, 22 noch, war doppelt, 58, also, ne? Alles doppelt. Wie ihr seht, ich habe schon trainiert gehabt, gerade fertig geworden. Denk kann ich irgendwie schnell aufnehmen. Äh, hier bin ich gerade dabei, einen Generator zu machen, auf 18. Erstmal den hier, wegen Zeronid und Superkleber, natürlich, ne? Und halt hier noch einen zweiten Raum. Der dauert immer noch, äh, knapp drei Tage, keine drei Tage mehr. Dann habe ich hier wieder einen großen Raum, also so einen Doppelraum, habe ich eben wieder frei, äh, was ich hier hinmache, weiß ich nicht genau. Mal gucken, mal gucken. Äh, aber erstmal überhaupt, weil ich dauernd sehr, sehr lange, der Generator hat auch, äh, äh, zwei Tage, irgendwie sowas, ne? Fast zwei Tage gedauert. Da braucht der, was er fällig ist, ist dauert alles ein bisschen, aber egal, egal, egal. So, was ich aber, äh, an Daily eigentlich noch habe, auch Weißmaschine, für die ganze Woche, ne? Sondereinsatz Lucy, werde ich wohl nicht schaffen. Äh, äh, Sondereinsatz. Dann würde ich eigentlich nicht weitermachen, äh, egal, ob ich wiederholung mache. Oh, das habe ich meistens nämlich nicht. Ich kann leider hier nicht so zurückgehen, ne? Ach, doch da, ne? Ah, ja. Ja, äh, oder halt hier fortsetzen, was der, äh, 2018 kündig, aber ich mache ja auch nur ein, zwei, äh, Kämpfe, äh, dann ist auch wieder auf meinem aktuellen Level, ne? Von daher lasse ich, äh, wohl sein. Äh, können wir einmal kurz gucken. Wochenturnier, Solo Hiocon, mehr Platz 13, 355 Punkte, ist ja die Gegenstelle verkaufen. Also, da habe ich, äh, ja, immerhin über 1000 Punkte gemacht, ne? In 10 Saisonpunkte, 8 Fähigkeitspunkte, habe ich so eigentlich, äh, sicher. Eigentlich sicher, äh, ja, habe ich sicher. Weniger werde ich wohl nicht machen, als 362, bitte will ich hier 700 Punkte auf einmal machen. Glaub ich nicht. Nach vorne, äh, ja, äh, fast über 300 Punkte. Ne, äh, wäre also sicher. 10 Saisonpunkte, 8 Fähigkeitspunkte. Sicher läuft auch noch, äh, äh, heute mal den 12. Ah, genau. Ja, noch knapp drei, drei Tage. Egal, egal. Es läuft, es läuft. Äh, so, ja, wie gesagt, das haben wir auch alles ja gesehen. Genau, habe ich schon. Wurfswaffeln, nämlich holen, muss ich das mal machen. Wurfswaffeln, genau. Äh, äh, ja, sonst natürlich, ne? Achso, äh, ich werde hier wohl noch weitermachen. Äh, genau hier, Saison, da bin ich jetzt bei fast 300. Waffe habe ich schon wieder, aber es, äh, soll wohl besser sein, weil mit der Modifikation, wenn ich die draufmachen würde, trotzdem schwächer als meine aktuelle Waffe. Deswegen habe ich die auch wieder erst mal verkauft. Wieder komplettes Set von, äh, Mondkönigreich. Alles verkauft. Egal. Äh, kurz vorm Titel. Mit das Mondlicht. Oh, dauert noch ein bisschen. Natürlich die Eule, ne? Klar, Archimedes. Aber es dauert noch ein bisschen, aber sind da auch noch 18 Tage. Also ist gar kein Thema. Aber auch da muss man dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Den habe ich auch schon mal. Zwei Fehlgeldpunkte, ein Saisonpunkt. Äh, müsste ich noch 182 Punkte, äh, Energie ausgeben. Mal gucken. Es ist ein bisschen viel. Es ist ein bisschen viel, aber egal. Ich mache ruhig noch weiter. Ja, ich habe natürlich keine Autogrammkarte hier, ne? Hm, ja, 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 ja. Und auch keine Kruse-Geschichte für das kleine Event hier. Man kennt es ja, ne? Zwei, äh, nee, machen wir drei. Wirklich mit 1,9. Jemals, äh, Erfahrung mehr. Für einen Energiepunkt mehr. Kein Thema. Machbar. Äh, ja, ansonsten, äh, hab ich auch schon mal alles gesehen, ne? Ich will nicht gerade, äh, wie gesagt, der muss natürlich noch rein, der Alpha, klar. Äh, hier haben wir auch eine andere Farbe, ne? Äh, ne, ne, ist die selbe. Selbe Farbe. Ja, blau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs mal denselben Alpha. Super, ich habe schon, ich weiß nicht, ein paar von, von fertig, ne? Äh, hier oben, genau, wenn sie ganz nach oben gehen. Äh, kann man leider. Hier fehlt ein Schieberegler. Der fehlt einfach. Da ist übrigens der Gold auf 30. Wäre vier Punkte besser. Aufstieg für 30. Wie viel Schali auf 30 hat die EBS? Natürlich eine andere Sache, ne? Auch 372, 252, 53 sogar nur. Der ist schon 30. Mit Schali gerade mal 8. Hm. So gut ist der E-Mail, ne? Sogar der hat minus 315. Äh. Ja, ist manchmal ein bisschen komisch. Äh, Alpha hier auch schon mal eine andere Farbe. Einige Alphas. Ne, habe ich noch gar nicht. Hm, okay. Da habe ich auch sechs Stück von. Hm. Okay. Egal. Ach, da war genau. Ach, da, äh, die Krähe, genau. Haben wir ja auch schon aus der Saison, genau. Schulfi God Power, glaube ich auch aus der Saison. Jogu Bau aus der Saison. Jo, so geht's halt langsam, aber sicher voran, ne? Ja, natürlich eine Duelle. Mach ich natürlich noch weiter den ganzen Tag über, ne? Äh, muss natürlich noch warten, ne? Klar. Ich könnte ja auch jetzt hier, äh, wohl kaufen. Ja. Ach, für 8 Donuts komplett auffüllen. Doppelt. Deswegen aber auch schon 33 Duelle. Weil heute natürlich extra für das, äh, äh, für das Event, ähm, Mini-Evente, eine Woche-Event. Doppelt alles, was alles ist. Also auch Energie. Können wir ja kurz alles verballern. Kann man natürlich auch, äh, mehr Duelle jetzt am Tag oder halt, äh, in der Woche, wie auch immer. Ja, mach natürlich, ne? So, machen wir ein bisschen weg. Ich glaube, das ist ein bisschen laut, ne? Kann das sein? Ich hab' ja gar nicht so laut gemacht. Ah, 50. Kann ja sein, dass OBS ein bisschen, äh, lecker. ein bisschen spinnt kann die auch sein da gab es aber immer wieder mal updates geändert haben oder hier wo sie selber irgendwas ändern keine ahnung ich schreibe ja nicht alles immer rein das was sie aus dem leben beide machen das geht man von anderen mmos ja auch zum beispiel her kurz weg wo sind so sind noch sieben duelle dann hätte ich ja für heute den tag ich kann ja noch mehr duelle machen aber kein bonus mehr und ich noch drei dumm ist und du hast wieder wenn wir hinaus ist dann kriegt man keine keine bonus mehr kein geschenke mehr ein balken voll hat das war es dann ein kümmer noch zack sind es noch drei duelle heute welchen voll okay okay alles klar kein thema mache ich mache ich fertig so wieder keine große geschenke doch das ist ja eine autogramm karte immerhin dafür vier ok das gut was gut kann man machen kann man machen ja hier habe ich leider nur die fähigkeitspunkte bekommen natürlich wäre gut gewesen dass petz ne hör wie sieben komisch aus der käfer es gab beos wohl wenn käfer glück der käfer aber auch der rest irgendwie so ich weiß nicht wir wissen komisch aus kanone das ist die flügel finden das wirklich schon 100 gürtel genau dürfte gadget sein dass die russi das ist der wundige waffe genau jeweils neun donalds nene ist mit mir ein bisschen teuer egal ja da wir sagen sehen uns in der nächsten folge von hier wo sie uns wieder ist dahin schön mit